Okay, Leute, ich weiß, wie man ihn besiegen muss, oder es, oder es. Okay, der Trick ist... Oh, verdammt, ich habe hier den verdammten Tornado-Attack hier gemacht. Also, man kann den Kopf ziehen, aber man sieht das nur nicht, dass man den Kopf anvisiert hat. MP-Sauger, wen machst du das? Okay, bei ihm nur, kein Problem. Nimmt Leben. Okay, kein Problem. Safe State. Okay, ich kann es angreifen, wie du willst. Okay, der Kopf ist anvisiert, äh, anvisiert dann. Verwirren. So, der Kopf ist anvisiert. Ja, da seht ihr das. Dreier Kick. Kopf ist anvisiert. Ich hatte die ganze Zeit so Probleme. Ich dachte die ganze Zeit, man kann den Kopf nicht anvisieren, aber man kannte das. MP wird 1. Willst du mich verarschen? Ja, ich bin tot. MP-Sauger. Äh, Hyper... Nein, Mega-Elixier. So, machen wir das einfach mal. Nicht so. M-m-m. Objekt... Belebung. Lapis. Ähm... Belebung auf ihn hier. Er soll wiederkommen. Er muss uns heilen. Wenn nicht, habe ich so große Probleme. Ich hasse die... Ah, ich hasse diesen Bastard. Leben. Lebe wieder. Ja, komm. Du kriegst irgendwie von Lauf aus dem Licht, dann wirst du wiederbelebt. Ich hasse diesen Bastard. Ach, feg dich ins Knie, du scheiß Wichser. Hyper-Ether oder Elixier auf ihn hier. Du machst mal einen verdammten... Uzi Punch auf... ...deren fetten, schlanken Kopf. Du machst Verwirrung auf deren fetten Scheiß-Kopf da. Und du machst mal einen Lapis auf alle. Dreckschlampe. Einfach so eine Dreckschlampe. Fahr zur Hölle. Scheiß Königin. Du kannst mir so doll am Arsch lecken, aber richtig. Ja, mach deinen Strahl. Mach deinen Strahl. Der ist sowieso sinnlos. Mann, komm. Uzi Punch auf deren Kopf. Verwirrung auf deren Kopf. Du machst dann einen Dreier-Kick auf ihren Kopf. Okay, Safe-Stay zur Sicherheit. Wenn ich das gewusst hätte... Ist klar. Ist klar, du Scheiß-Hurentochter. Du verdammt... Egal, ich höre auf, sonst reg ich mich nur zu viel. Egal, ich höre auf. Ah, komm, Heilstrahl. Wen greifst du an? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. LP wird eins. Okay. Komm, ich schraub noch einen Heilstrahl. Ach, komm schon. Heilstrahl auf alle. LP-Sauger funktioniert nicht. LP-Sauger funktioniert nicht. Leben. Was? Leck mich doch am... Knöchel. So, und so, und so. Mega-Elixier. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Verwirrung. So. Dreier-Kick. So. Safe-State. Boah, ich hasse diese... ...verfickte Schlampe. 666. Und wie viel Schaden machst du? Leck mich am Sack. Sektorbombe. Okay. Du machst dann, äh... ...verwirren. So. Du machst dann Dreier-Kick auf. So. Okay, gewonnen. Hat echt lange genug gedauert. Wartet. Okay, weiter geht's. Ach, komm, so. Wie könnt ihr raten, es wagen, mich herauszufordern? Oh, allmächtiger Lavos, verleihe mir Kraft. Ich hab keinen Bock auf noch einen Fight. Hör auf, Mädchen, hör auf. Bist du tot? Bist du tot, scheiß Käfer? Der sieht echt aus wie eine Riesenfliege. Und, und, was kommt denn jetzt? Er lacht dich kaputt. Muhahaha. Endlich erwacht Lavos. Verglichen mit ihm seid ihr nur Wazillen. Aber ich, ich werde die Unsterblichkeit erlangen. Denkst du... Ja, du bist doch tot, oder nicht? Oder ist sie wieder verschwunden? Was machst du denn jetzt? Tsunami oder... Ähm... Sag es nicht, ich muss gegen Lavos kämpfen. Sag, äh, sag es bitte nicht. Ich muss gegen Lavos kämpfen. SafeState. Ja, Leute, meine Laune ist im Keller. Und das ist Lavos. Der letzte... Lavos geht in Angriffsstellung. Und darf ich speichern? Achso, ja. Lavos hat seine behinderte Fähigkeit, also... Ähm, darf ich speichern? Ist klar. Okay. Wenn er sie jetzt sagt, ich darf keine Unterkunft benutzen. Ach, ich hasse euch im Weg... Ähm... Okay, das ist eigentlich nicht so schlimm jetzt. SafeState. Lavos. Schock auf alle. Ähm... Leuchten auf alle. Und was jetzt? Kommt dann... Dinosaurier auf alle. Ich hoffe, ich schaffe ihn jetzt auch noch. Ähm... Okay, einer ist tot. So hat der andere keinen Schaden bekommen. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. M-m. Frag mich nicht. Was? Wie soll... Was ist das für eine Musik im Hintergrund? Love has ended Angriffsart. So. Okay, er kommt jetzt mit diesen Formen an. Also, wie ihr wisst noch... So, SafeState. Wir müssen jetzt immer diese komischen, ähm... Lover's Babys töten. Warte, Raketenschlag. Ja, Falkenschlag meine ich. Komm. So hat man ja diese komischen Fächer getötet. Ja, so war das. Tod, Tod. SafeState. Laus an der Angriffsart. Wessen Form kommt jetzt? Lecko Mio. Lecko Mio. Du wolltest zahlen. Ja, leckt mich. Uzi Punch. Und? 54 Uzi Punch Was war effektiv bei ihm eigentlich? Achso, Magie Tut er vergessen, okay Leuchten Du machst mal Schock auf ihn Du machst mal Du klausst mal was von ihm da Vielleicht hat's ja Und tot Okay, er lebt noch Lavas kopiert alle Gegner, okay Wieso eigentlich? Lavas er nicht angriffig hat Okay Äh Zomba hieß er noch eigentlich, oder? Ähm, Save State Nochmal Ich weiß, ich mach zu viele Save States, aber Ich hab keinen Bock zu sterben Ich greif einfach so an Das zieht sowieso viel ab MP-Sauger Ja, leckt mich Die Musik im Hintergrund ist echt geil Ich weiß nicht, das Das beruhigt mich irgendwie Aber richtig Lavas endet Angriffsart Das ist gerade die erste Form Die zweite Form wird dann anders aussehen Und die Oh, nicht diesen Bastard Warte Warte, wie hab ich ihn wieder besiegt Oh, Scheiße Lavas Schock Ähm Ich versuch gleich Ich versuch gleich mal einen Falkschlag Und dann sehen wir mal Wie das ist Ja, schön für ihn Hallo Lass mich angreifen Hallo Darf ich an Ach komm, greif einfach an Hier Speichertonazoo Energie Ja, ist schön für dich Ach ja Ähm, okay Ähm, okay Er ist anders als die anderen Gegner Okay, er macht voll wenig Schaden Okay, du bist weg Ja, ich wusste es Endet Angriffsart Und wer kommt denn jetzt? Nispel 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 Okay, bei ihm war irgendwie Gewitter Ja, Gewitter war es da Ähm, du machst mal Nein, kein Eta Medaillon Eta Medaillon Auf Robo Und du machst mal Ähm Ach, du greifst einfach normal mal an Du machst Heilstrahl auf alle Du machst Gewitter 2 auf ihn Ach komm Du musst dann zu alle ja aufheilen Und ich hab sowieso genügend Unterkampf Deswegen reicht es mir Aber Ey, das war voll unfair Man sieht das gar nicht Dass man den Kopf angreifen kann Was? Verteilung unter Schock vermindert Ja, jetzt könnt ihr angreifen So Und so Nispel ist tot Die Musik ist echt geil Ich weiß nicht Sie ist Die beruhigt mich von diesem Kampf Wenn es so eine hektische Musik wäre Hätte ich dann ganz Oh scheiße, oh scheiße Panik gehabt Aber die beruhigt mich richtig Safe State Und wer kommt jetzt? Magos Wie hab ich den jetzt eigentlich angegriffen? Ich weiß gar nicht mehr Safe State Ich glaub ich hab ihn einfach angegriffen, oder? Komm, ich greif ihn einfach mal an Okay, das half Warte, was? Ein Blockwechsel Okay, der macht echt wenig Schaden Blockwechsel Warte mal Irgendwas war da Mit Wenn er seine Ich weiß nicht mehr Irgendwas war da Irgendwas war mit Magos Ach, Blockwechsel Hör auf mit der Attacke Du bist irgendwie schwächer Nein, ich bin einfach zu stark Das glaub ich aber eher nicht Leuchten Feminent LP Ja, Geysir Schock einfach mal Ich greif einfach mal so an Und hoffe mal, dass irgendwas Gutes rauskommt Ähm Okay Wie hab ich jetzt Markus angegriffen? Das weiß ich jetzt nicht mehr Sollen wir das auch lange dauern Oder? Was? So Okay Ich stell mich irgendwie dem nicht an Ich weiß Ähm Tornado 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 muss das eigentlich jetzt alles Killen Aber Wenn es jetzt LP gibt Boah, dann hab ich reingekackt Und Oh man Hey, wie hab ich den wieder angegriffen? Verdammte Kacke Say State Warte mal War da nicht irgendwas? Beastwurf, Drehkick, Boogie Beastwurf mach ich einfach mal Achso, okay Warte Da warte Ich hab keine LP mehr Meine LP Meine MP Wieso sind meine ganzen LP So schnell weg So Warte mal Say State Dann Gewitter 2 Wenn man sieht, ob das jetzt ist Ich weiß nie mal, wie ich ihn gesiegt habe Achso 666 Ja, ist klar Okay, jetzt muss ich mit Eisangriffen kommen 500 LP Dreier Kick Vielleicht funktioniert das hier Ich hoffe mal Und so Blockwechsel Laserwirbel Einfach mal Ich habe sowieso nichts zu verlieren Ich vergesse mich nicht Magus angegriffen habe Ich bin so dämlich Warte, war jetzt auch dämlich von mir Dass ich das jetzt gemacht habe Kacke Ich habe jetzt Gewitter 2 gemacht Das wird ihn heilen Aber richtig Ich wusste es Warte, wir werden Fallschlag was bringen Sehen wir mal Ich hasse Markus Seine behinderte Art Seine behinderte Art Okay, damit kann ich auch weit kommen Okay, Fallschlag die ganze Zeit dann Ah, mein Ohr tut weh Ja, die Musik ist traurig Attacke dann Ich greife einfach auf die Falkenschlag Technik mäßig an Blockwechsel Ja Leute, für euch ist es langweilig Für mich ist es auch momentan langweilig Dieser Kampf 95 Blockwechsel Egal Okay, jetzt kann ich wieder Gewitter 2 einsetzen Gewitter 2 Gewitter 2 Schock Angriff Ähm, so Okay, jetzt Ach, jetzt weiß ich wieder, wie ich ihn angegriffen habe Aber ich habe niemanden, der so in der Lage ist dafür 818 Äh, Uzi Punch Attacke Attacke Okay, irgendwie zieht das jetzt mehr ab als davor Okay, endlich Endlich Verdammt Ja Wer kommt jetzt? Ah, Tyranno Okay Ist auch ein kleiner Asala da Ja, es ist da Es ist Asala Mahala Okay, erstmal Asala angreifen Warte Ich muss mal erst meine Metas wieder zusammenfügen hier Dann so Dann so Dann so Dann so Dann nochmal so Dann nochmal so Dann nochmal so Dann macht es Spaß Dann ist es toll Dann ist alles okay Du machst das hier Okay, safe state Was war Was war die Schwächste von ihm wieder? Achso, ja Er sagt ja einen bestimmten Kommando Dann Falkschlag Du machst den Uzi Punch Der war auch schwach gegen Black Tyranno Das weiß ich noch Okay Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie viel Schaden machen muss Aber Und Uzi Punch 34 Teleporter Teleportiert Steine Ja, ist klar Ist klar 2,29 Schaden Ist klar Okay, das ist erbärmlich von Schaden her Falkschlag Schock Wenn er die Eigenschaften von den Gegnern hat Dann muss er auch Schwäche gegenüber Strom haben Asala hatte 2,000 LP Er hatte 25.000 LP Asala Bohr, vermindert LP Ja, ist schön für dich, aber Angriff, Angriff, Angriff 424 Ach, jetzt ist das wieder so geschwächt Ah, jetzt kommt es wieder Tornado Tornado Und 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 Das ist scheiße Oder war es nicht der Der 25.000 LP hatte Tornado Hatte doch 25.000 oder nicht Dann habe ich das nur eingebildet Ballbildung ist auch eine Token Angriff, 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 Angriff Safe State Deine Feuerattacke wird sowieso nicht so viel abziehen 446 Und so Und so Und so Und so Und so Ja, wie ich gesagt habe Werd nicht so viel abziehen Und Zählst du wieder Countern Laufst und hat Angriffsart Er hatte 10.000 dann Oder so Ach der Man musste ja seine Hände erst töten Und dann Warte, wie viel LP habe ich? E-Time Medaillon Habe ich ja genügend Und so Okay, das reicht Safe State Und Greifen uns mal die Hände an Ja, die Musik im Hintergrund Die ist echt geil Paarwucht, okay Ich habe es irgendwie geahnt Dass so ein Schaden kommt Falkschlag Dunkles Plasma Ja, okay Falkschlag Wenn die Hände erst mal weg sind Dann habe ich gewonnen Ja, die Hände sind weg Jetzt kann ich Was soll der Hier, komm Scheiß Hand will noch nicht sterben Okay Dann greife ich einfach jetzt Normal an Dann habe ich gewonnen Das dauert sowieso lange Bis er seine gummischen Hände wiederholt Okay Und so Ich muss gleich sowieso Einen Cut machen 425 520 488 Gut Die Hände stellen wieder Teile Aber das ist ein bisschen später Okay Die ganze Truppe kommt wieder Ich hoffe die machen jetzt nicht ihre behinderte Triple Tech Attacke Ja, ich habe wieder gewonnen Okay Das war die letzte Art von ihm Oha, okay Okay, er will kämpfen Er will kämpfen Warte War das nicht der Moment Wo ich jetzt speichern konnte Nein, das war nicht der Moment Okay Und wir sehen uns das nächste Mal Tschüss Tschüss